So und da sind wir dabei pokémon y und jetzt geht es hier weiter Jetzt dürfen wir endlich auf mammut hell hier weiter kommen dem haben wir ja geholfen Dann bringe ich mal hier durch Eigentlich sind die fischer ja größer glaube ich oder Also immerhin größer als ich würde ich sagen Also das steuert sich genauso wie reh horn auf der anderen route Und snibel mit der Mit der pose aus diesem komischen frauen plakat ja okay das liebe ist zwar männlich aber naja Sollte doch die pose machen Die bitte hier aufwart Und hier Scheinten labyrinth zu sein aber ich habe ein timer weil immerhin etwas Okay das ist auch nicht so wirklich eine labyrinth Ohne frost tafel aber ich habe kein Arceus 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 Ihr wisst schon Keiner weiß den echten namen Und egal was du sagst ist es eh ein anderer Ja okay gegen den trainer will ich nicht kämpfen Ausgründen Ist eh ein luftkampf brauchen wir nicht Vor allem luftkämpfe sind halt kämpfe wo du halt gefragt wirst ob du kämpfen willst Was ja an sich gar nicht mal schlecht ist ne Ist auf jeden fall mal eine abwechslung Im gegensatz zu Ja du äh kämpfst jetzt gegen mich weil ich dich angeguckt habe Ja Uh schneebedeck ich mag schneebedeck Einfach nur wegen dem ruf Ichi Vigi Also das kannst du echt überall abspielen Also das ist äh DJ Schneebedeck Ichi Vigi Also das kannst du überall abspielen halt wie ich Ist übrigens ein sehr cooles Pokémon Ich mag Rexbeezer eigentlich nicht so gerne wie Schneebedeck Aber dafür hat Rexbeezer ja jetzt ne mega entwicklung Wir haben ja im vorherigen Part ein Rexbeezer getroffen Das hat uns ja sogar ein Rexbeezer nicht gegeben Also wir hätten das Schneebedeck auch gut fangen können und ein Rexbeezer trainieren können Aber ne Ich verstehe aber auch nicht warum ich nicht direkt vor dem geflohen bin Anstatt es wie ich es jetzt gerade gemacht habe zu killen Ichi Vigi DJ Schneebedeck Ichi Vigi 2016 Ne andersrum Also ich kann rückwärts laufen Das ist auf jeden Fall schon mal etwas Warum passiert mir das eigentlich immer So As Liebe Hör auf mit deiner komischen Pose Ichi Vigi würde ich gerne mal wiederhören ach Snebel ich habe übrigens immer noch kein einziges nebuna bis jetzt trainiert also deswegen würde sich Snebel für mich schon lohnen aber naja ich habe ein fertiges team jetzt ich will auf jeden fall irgendwann mal ein Snebuna trainieren wer weiß vielleicht irgendwann mal in einem platin let's play ja fordere mich halt wieder heraus ich meine ja nur ich brauche nur den arena ohren aber du stellst dich mir wieder in den weg du forderst mich nicht nur heraus du bringst mich auch noch dazu gegen dich zu kämpfen du zwingst mich wirklich darauf noch zu ich kann wirklich in keiner einzige stadt gehen ohne dass ich angesprochen werde ja mit wieder bällen kann ich total viel anfangen ne wieder bälle sind für mich eigentlich die gehören für mich zu den wertlosesten bällen weil naja ich fange eigentlich immer nur eine art von pokémon und das war und den rest fange ich mit flott bellen also wenn ich noch mal ein pokémon haben will dann ist es eh schon für den wieder bei gelaufen brauche ich jetzt nicht unbedingt ja ein paar top genesung kann ja nicht schaden und sonst haben wir ja auch nichts verkaufen könnten wir mal da haben wir ja riesen nugget ich glaube das gibt woanders sogar noch ein bisschen mehr sternstück haben wir auch noch und zwei perlen ja okay das wort team ist geheilt ja team ist geheilt okay gehen wir weiter machen wir unseren kampf die wir ja unbedingt kämpfen aber vorher vielleicht trägungswechsel ich habe auch eisklamotten jetzt und hier haben wir auch die klamotten die ich sehr lange zeit an hatte bis ich dann andere klamotten anhatte naja diese jacke hier ich weiß nicht ich mag die jacke ja fertig wir brauchen ja solche jacken sowieso in solchen gebieten weil sonst würden wir ja sterben fände ich übrigens sehr gut wenn das mal eingebaut werden würde dass du halt nicht in ein anderes gebiet gehen kannst weil du naja nicht warme klamotten an hast so ich sollte jetzt heido nach vorne tun weil den brauchen wir sowieso in der arena so du bist hier du schießt hier ja gar nicht doch jetzt kommst du dann zeigt mal du drauf hast aber du kannst eigentlich gleich schon gehen vor allem wenn du mit ziaugern anfängst da hast du schon verloren reicht der glaube ich schon aus der biss ich weiß es nicht ich hoffe es war natürlich ich meine warum vernünftig kämpfen erst mal mogelheap kannst mich gleich mal mit heido legt man sich nicht an uegotrip tottrip ja warum nicht für klingensturm ich weiß ja nicht ja macht auf jeden fall mehr sinn finde ich und kwajutsu ach komm ich schlag dich mit kampfattacken dann nützt ja auch keine finster aura was das ist jetzt gleich weg würde mich nicht wundern wenn du da teilen würdest ok dann halt nicht wasser schuliken weil du sowieso verlieren wirst und dir das einfach nur so denkst ja setze ich das halt ein und absolut ja ich kann gleich mal weiter mit meinen kampfattacken spam also mit deinem team kommst du eigentlich nicht sehr gut gegen hydro an der ist perfekt dafür ausgerichtet dass du verlierst und ist eigentlich das nächste flammare ich sag ja perfekt hydro kann die alle einfach fertig machen er hat keine probleme damit und regentanz naja ne eher weniger und firefox will sonntag erlernen also das ist ja irgendwie jetzt hätten die das abgeteilt sie die mit schlitzer ja komm vorheuler besser als nichts ja ok da muss ich wenigstens nicht heilen denn ich werde jetzt einfach mal so gewinnen wie wir das von mir gewohnt sind also bis jetzt habe ich ja nicht verloren außer in diesem komischen flugkampf da der aber auch unfair war ja ja daran erinnere ich mich noch deswegen fand ich die arena hier ziemlich cool du läufst hier halt wirklich so einmal um die kugel rum ich frage mich aber wie die das hier überhaupt bewerkstelligen ja ok koko weil ja ist schon mal ganz gut gegen hydro ich hoffe da mal der tab ist ordentlich reinhaut naja aber immerhin kann er nicht angreifen ist ganz gut für mich da kann ich nämlich nochmal angreifen und direkt gewinnen übrigens wer von euch findet die alola form von koko war ja auch irgendwie bescheuert ich hoffe da haben einige die hand jetzt gehoben ich finde sie nämlich irgendwo bescheuert ich weiß nicht warum das drache ist es macht für mich wenig sinn weil es einen langen hals hat also ne es wäre ja dann irgendwie eine beleidigung gegen leute mit kurzen hals oder nicht ja genau das ist der grund ne da habe ich schon einen sinnvolleren grund ich finde es cool dass hier die sternzeichen da in der luft sind also das sind nicht echte sternzeichen das sind einfach auch sternzeichen irgendwelche kann es sein dass ich im kreis laufe kommt mir jedenfalls so vor ne ne das sind schon andere sachen ne ne das sind schon andere sachen ja schön wie du mir ja auch mit den äh Anime weisheiten hier ankommst du kannst alle schaffen wenn du es einfach nur versuchst oder wie auch immer ich das nennen soll so medital ist kann ich leider nicht einfach nur mit bis angreifen weil es natürlich auch kampf ist deswegen surfer macht ja dasselbe also mehr also das sind wirklich keine herausforderungen diese trainer aber immerhin easy ep also deswegen nehme ich die auch mit falsche richtung luna stein ja wenn das hier schon ist dann heißt das denke ich mal auch dass sonnfehl hier in der nähe sein muss oder wir das noch sehen werden kommt ihr denn jetzt noch ein trainer der mich auch wirklich naja in irgendeiner art und weise aufhalten kann ich frage mich gerade ob ich zytomega direkt mit surfer one hitten kann mal sehen dann kann ich mir nämlich bis sparen ihr müsst euch jetzt mal vorstellen hätte ich jetzt die ganze zeit trainiert an den stellen wo ich das konnte die trainer jetzt noch mitgenommen ich würde jetzt locker über level 60 sein das ist nun mal schon ein bisschen ja op würde ich sagen ok da ist ein trainer und dort oben ist auch ein trainer kämpfer gegen beide habt ihr alle nur ein pokémon scheinbar ok du hast aber ein rosanna also du kannst gleich mal abhauen mit deinem eis psycho hier geht halt wirklich einfach direkt weg so gehen wir wieder runter jetzt kämpfer gegen dich jetzt dürfen wir ja gleich endlich mal da sein ja gerade war genau feel psycho hier ich glaube dann nützt der biss auch nicht so viel ich weiß nicht ob feel dagegen irgendwas hat weiß ich halt echt nicht was auch immer du da jetzt versiegelt hast war auf jeden fall ein verschwendeter zug von dir wäre nett wenn du meine pokémon noch heilen könntest das wäre super aber nein mach halt nicht wir dürften jetzt ja auch bald da sein denke ich mal ja wir sind da so hoffentlich bist du aber jetzt mal eine herausforderung also kann ja nicht sein dass ich hier durch deine komplette arena renne und mir keiner was anhaben kann und du kannst schweben ja ja na immerhin symbolare schon mal etwas cooles jetzt kommt mir nicht an ihr mögt das nicht ich finde es cool ich habe ja selbst 1 bis level 100 trainiert und ich mag dass es an den naskalenien angelehnt ist oh gott jetzt muss mit deinem lichtschild ja immer diese leute die halt taktisch kämpfen wollen was aber im endeffekt gar nichts bringt so was willst du mir jetzt noch hier hinwerfen lascho king sehr lasch nein da wird auch keine psychokinese irgendwas dran ändern können lascho king kann man übrigens hier einfach so fangen finde ich richtig komisch dass man den nicht irgendwie mit kingstein oder so machen kann den fängst du einfach einfach so und zieh augen also wir haben schon zieh augen eben besiegt also wenn das jetzt keine herausforderung ist dann natürlich genau dieselbe taktik nerven mit dem mogelheb kennt man ja auch von euch scheißviechern kannst gleich mal abhauen nein gedanken gut brauchst du gar nicht einsetzen brauchst du gar nicht einsetzen du hast verloren du hast verloren kannst vergessen ist vorbei nicht mit mir ich meine was ist das bitte für eine taktik oh jetzt habe ich dich mit mogelheb getroffen und jetzt mache ich mich stark ich habe schon verloren das sieht aus wie ein ohrring endlich gedanken gut das habe ich gesucht ja scheinbar kannst du mich auch teleportieren ok gut ich denke gedanken gut wird er auch so lernen mach ich jetzt aber für den ziehstrahl denn gedanken gut und psychokinese in kombi gar nicht mal so scheiße warum steht da ein typ von team flair warum steht da ein typ von team flair äh ja nichts für ungut ihr könnt nichts dafür dass ihr nicht bei uns seid also wenn ihr euch das nicht leisten könnt naja tschüss ich frage ja mal den hier vorne ich frage ja mal den hier vorne der sagt es mir halt echt ja geh mal zum bistro für adelis ich meine nicht dass wir da sind oder so nein aber da sind wir hättest du das erwartet ich auch nicht also manchmal sind die typen auch dumm ja ok dann scheinbar machen wir heute in der folge auch noch ein bisschen mehr als nur die arena wir gehen auch gleich mal team flair besiegen denke ich hoffe ich mache ich könnte wieder zu einer 40 minuten folge werden denke ich mal hier vorne und hier vorne und was soll der mehr tun der sage ich ja die rockex ist aber ein cooles pokémon also definitiv mal falls ich irgendwann mal ein let's play von schwarz und weiß mache können wir mal aufnehmen ins team wenn wir früh genug kriegen ja sesam öffne dich komm mir gleich halt mit kleropada an hier wird echt nützlich gewesen hätte ich hier ein kampf pokémon ich weiß nicht ok so reicht es auch hydro hat es auch getan ja also damit hätte ich ja nie gerechnet ach so einfach kann ich dich jetzt schon besiegen anscheinend der hat auf jeden fall eine coole musik aber noch nicht mal vollentwickelte pokémon also jungen wem willst du was vormachen wir setzen erstmal gedanken gut ein er macht dasselbe also schwer tanz mäßig kann er gleich mal vergessen ich hätte wahrscheinlich auch schon mit einer normalen psychogenese ihn direkt weg machen können aber naja bisschen stärker machen kann nicht schaden gerados warum wechseln ok deswegen wahrscheinlich aber und deswegen aber naja ich hätte jetzt damit gerechnet dass ich den so one hiten kann scheinbar nicht ja also der level genau in dem moment auf wo man ihn braucht also der level genau in dem moment auf wo man ihn braucht ok surfer das wird nicht lange überleben und kram urks nicht mal kram chef hallo kram urks warum wurdest du dich weiterentwickelt ich meine dann hättest du mir ausgehalten aber hey brauchst du ja nicht bist schon so ganz cool ja 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 Naja, ist jetzt nicht so schwierig. Moment mal, warum folge ich ihm nicht direkt, um da rein zu gehen? Scheint mir ziemlich dumm zu sein. Schluck weg. Machen wir dich mal weg. Mit Surfer. Hoffentlich reicht das. Hat es beim letzten Mal gereicht? Ich weiß es nicht mehr. Ja, wir haben ja auch noch Top-Beleber, könnten wir auch einsetzen. Aber ich erinnere mich, glaube ich, hier sind irgendwo Betten, wo ich mich dann heilen könnte. Ernsthaft. Jetzt nur, weil er seine Verteidigung erhöht hat. So, dann, äh, mal eben. Top-Beleber. Und weiter geht's. Oh. Direkt mal einer von den Besonderen. Du willst mich aufhalten. Ich will dich sehen. Mit zwei Pokémon. Mit Magnein. Ich weiß ja nicht. Also, da würde sich jetzt tatsächlich Hydro besser machen. Also, wenn das so viel Schaden machen würde. Selbst wenn's effektiv ist. Hallo, das Vieches. Locker. 10 Nel. Ne, fast. 10 Nel. Unter mir. Schadrago. Ja, Vizcargo. Das ich schon längst entwickelt haben sollte. Aber leider finde ich keinen Regen. Heysha Drago, ich mag dich. Aber nur als Pokémon-Karte. Das war's für dich. Okay, vielleicht auch nicht. Ja, genau. Schadrago hat einen sehr hohen Angriff, scheint es. Ich hab's noch nie trainiert, aber scheinbar ist es ziemlich cool. Ich mag die Rauhaut. Aber nur bei der Karte. Ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht gelb. Okay, dann... Hast du dich extra dorthin gestellt, wo ich lang muss? Scheint es. Hier müsste er jetzt... Ja, da ist die Tür. Da muss ich hinkommen. Vielleicht ist es auch eine andere Tür. Äh... Was sucht ihr hier drin? Äh... Ja... Gib mir doch ein Topbel lieber. Wäre super, wenn meine... Äh... Mein Team geheilt wird. Aber könnt ihr ja wieder nicht. Na? Na, endlich. Die haben halt aber auch wirklich nur Gift, Unlicht... Äh... Und sonstige Bogenhuren. Oft auch Feuer. Was ja zu deren Namen passt. Ja, Cleopada. Wo wir ja genau wissen, dass gleich ein Mogelhieb kommen wird. Also... Ich würde schwer vermuten, dass gleich ein Mogelhieb kommen wird, weil... Cleopada... Und das fühle ich mich gerne nervt. Aber es kam keiner. Weißt du, wie lange ich schon keinen Nassschweif mehr eingesetzt habe? Mach ich immer noch nicht. Hat er gerade gesagt, schließt sich uns an. Was willst du denn mit so einem Typen? Ich meine, das wäre nicht gut für dich. Dann würde ich dich nämlich voller Neid... Weil du so neidisch auf mich bist, ne? Weil ich so gut bin. Ne? Da würdest du einfach sowas von Depressionen kriegen. Dann willst du einfach nicht mehr weitermachen. Glaub mir. Wollen die eigentlich gegen mich kämpfen? Wisst ihr, nur einmal konnte man in einem Abfalleimer was finden. Und seitdem sucht man jedes Mal. Schön, dass ihr mir das auch gebt. Einfach so. Fragt mich zwar wieso, aber... Naja. Gepflegt, gekämpft. Also nicht so wie deine Haare, ne? Naja. Wenn man so ein Pokémon wie Firefox hier hat, muss man nicht was von gepflegten Haaren ankommen. Ich meine, das trimmt sich nicht mal die Ohrenhaare. Ist nicht sehr hygienisch, muss wissen. Ja, 11 Level höher. Gibt bestimmt kein One-Hit oder so. Ne, wäre ja auch irgendwie komisch, wenn es keinen lieben würde. Ich kann jetzt schon voraussagen, dass wir irgendwie so 10 Level, vielleicht auch 20, obwohl das schon ziemlich komisch ist, ähm, überm Champ sein werden. Glaub ich. Oder haben die nicht sogar Level 60er-Pokon und ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls nicht so starke. So ähnlich hört sich das an. Ich hätte ja lieber wieder DJ Schneebedeck. Ihr wisst ja, ähm, ischewischel und alles ist gut. Stay calm and ischewischel. Ja, das muss er als T-Shirt machen, also echt mal. Und Toxic-Quark. Firefox. Ja, okay, das mache ich jetzt nicht nach. Ich habe immer noch nicht die Vorahnung verstanden. Aber Toxic-Quark ist definitiv ein cooles Pokémon. Einfach nur das Design finde ich richtig cool. Aber die Unlicht-Pokémon an sich sind meist recht cool. Meist aber nur. Oh Gott, kenne ich dich nicht sogar. Du schreist Flair, 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 Flair. Das heißt, ich muss dich kennen. Weil ich schon mal jemanden getroffen habe, der das einfach nur so geschrien hat. Oder du bist einfach nur geisteskrank, aber vielleicht auch beides. So, Voltensu kann erst mal gar nichts hier. Wäre es ein Voltensu, das ich trainiert hätte, wäre das verschmut... Ja, verschmutig. Äh, vermutlich besser. Dann hätte es nämlich den Elektroball. Ja, okay. Scheiß auf Mega-Entwicklung. Nee, nee, mache ich jetzt gleich. Ja, komm du mal mit deinem Turmkick. Weißt du, bei Turmkick, da hat man sich immer gefragt, wie sieht denn das bitte aus? Und dann bist du hier in einem 3D-Pokémon-Spiel und weißt immer noch nicht, wie es aussieht, weil das Pokémon wegfliegt. Kann ja nicht sein, ey. Kämpft jetzt im Doppelkampf gegen mich. Nein, tut ihr nicht. Wir kämpfen nacheinander. Wie die richtige Pussis. Mit Voltensus. Ist ja nicht so, als hätte ich eben schon gegen Eiz gekämpft. Und es war auch nicht viel stärker als das. Kommen, wir nähern uns schon Level 60. Und Pion Draghi. Na, immerhin was Cooles. Ich mag Pion Draghi. Warum ich das mag? Vierte Generation. Nein, es liegt nicht nur daran, dass es einfach vierte Generation ist. Es liegt auch daran, dass es cool aussieht. Und verfickter Skorpion ist. Wovon wir leider viel zu wenig haben. Skorgler könnte man vielleicht auch als Skorpion bezeichnen. Oder Skorgro. Vierte Generation. Hm. Äh. Ja, verschwindet halt den Boden. Weißt du was? Also, deine Haare, die erinnern mich an Gras. Und bei Gras kommt mir der Gedanke, das abzuscheren. Also, äh. Wie wer hat mir da Glatze? Nur so ein Vorschlag. Du setzt doch eh Mogelheb ein. Ich kenn dich doch. Ja. Ihr seid doch alle gleich. Ja, fehlt aber bei der Datenübertragung. Du bist erstmal weg. Und Cesurio. Auch ein cooles Pokémon. Stahl und Licht. Soweit ich weiß. Das sieht halt einfach recht cool aus. Aber ich würde es jetzt nicht trainieren wollen. Oh, der Magi-Raum. Der Magi-Raum, genau. Der Magi-Raum. Naja. Fand ich jetzt nicht so toll. So, krieg ich dann jetzt bitte, äh, was ich verdiene. Da ist auf jeden Fall noch so ein Stein. Aber scheinbar krieg ich noch nicht das, was ich haben will. Falscher Weg. Okay, machen wir noch mal. Hier lang. Dann hier lang. Und hier haben wir einen Teleporter. Das Schattenglas. Versteckt, glaube ich, Unlichtattacken. Hätten wir ein bisschen früher auch ganz gut gebrauchen können. Aber gut. Dann kämpft, mach. Alles kaputt machen. Okay. Ich meine, wenn du das unbedingt willst. Heißt also, ihr legt euch auch selbst in Schutt und Asche. Wäre auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Dann muss ich das nämlich nicht mehr tun. Weil, naja. Wäre schon sehr nett. Ich meine, ich beschwere mich nicht über die EP, die ich von euch bekomme. Nein, nein. Wäre nur ein bisschen besser, wenn ich mehr Geld bekomme. Jetzt fällt mir gerade eine verdammt bescheuerte Theorie ein. Was ist, wenn jede Verbrecherorganisation einfach nur von dem Professor jener Region unterstützt wird? Nur damit der Spieler halt selbst gelevelt wird. Was wäre denn? Ich meine, irgendwo wird es bestimmt auch Sinn machen. Wäre doch auf jeden Fall schon mal ein cooler Gedanke. So kriege ich denn jetzt, was ich haben will. Naja, ein Sonderbonbon tut es auch. Aber den Schlüssel haben wir immer noch nicht. Jetzt sind wir wieder bei denen. Oder haben wir den Schlüssel schon? Nee, das wüsste ich doch, oder? Das ist auf jeden Fall nur noch ein Item. Eben heilen. Nee, das würde mich ja jetzt wundern, hätte ich jetzt schon, würde ich suchen. Rechts in dem Zimmer war man noch nicht. Und wie kommen wir da hin? Hier, ne? Das sind wir hier nicht schon lang. Nö. Hyperdrank. Naja, damit kann man vielleicht irgendwas anfangen. Keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss. Ich gehe mal hier lang. Scheinbar richtig. Hier könnte man dann zurück. Okay, das ist alles richtig hier. Ja, der hat da eine tolle Uniform, ja. Kommen halt gleich mit Golbat hier an, den ich one-hitten kann. vor allem, weil er zwölf Level unter mir ist. Das wird halt langsam schon nicht mehr witzig, wie unterlevelt meine Gegner sind. Oder wie überlevelt ich bin. Stellt euch mal vor, ich würde hier wirklich vor jeder Arena immer so trainieren, dass ich immer, ähm, halt die 10 Level Grenz überschreite. Also, wenn ich kurz vor Level 70 bin, dass ich bis 70 noch trainiere. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ich würde hier alle so weit von one-hitten. Boah, nicht mal das Pokémon wechseln. Ja, ja, vor Ahnung. 14 Level einfach drüber. Ich finde Vorahnung immer noch so unnötig. Verstehe es halt auch nicht. Und Kleopada. Kannst du gleich mal vergessen mit deinem Mogeli. Aber machst du eh. Oder Verhöhner oder sowas setzt sie eh ein. Ja, war ja klar. Setzen die nämlich nur ein. Hätt gleich Surfer einsetzen sollen. Mach ich demnächst, denke ich mal auch. So, kann ich weiter. Will mich nicht an euch aufhalten. So, äh, gibst du mir bitte, was ich haben will. Hi. Nein. Was wollen die eigentlich mit ihren komischen Brillen? Was können die damit? Hat das irgendeinen Sinn? Ich meine, ich kann genau sehen, welches Level deren Pokémon haben. Können die irgendwie mehr sehen als ich? Wie viel KP ich habe oder so? Was jetzt effektiv ist? Ich meine, das sollte man selber wissen. Eigentlich. Gut, ich weiß jetzt auch nicht alles über Feen Pokémon und sonstige Sachen. So weit bräuchte ich dann auch so eine Rolle. Und Snebuna. Du hast auf jeden Fall Geschmack. Das Viech ist einfach cool. Schade nur, dass es ziemlich schwach gegen Kampfattacken ist. Ja, dann, äh, wenn du den Schlüssel hast, bitte mal herrücken. Dann gehe ich da eben runter. Und dann haben wir ja bald schon eine Stundenfolge. Ne, ihr wisst ihr was? Ich glaube, ich bleibe vor der Tür stehen. Ja. Das kündige ich jetzt an. Ne? Also, wenn ich zur Tür überhaupt hinkomme. Also, die Tür hier. Ne? Oder ich bleibe davor nicht stehen. Ne, ich bleibe davor stehen. Mach mal eben das Internet an und dann tauschen wir wieder Pokémon. Und bellen hier vor. Damit wir auch wirklich was dort unten haben von. Vielleicht kommt da ja was Cooles. Wer weiß. Und dann habe ich auch noch Zeit, mein Team zu heilen. In der Pause. So, was tauschen wir denn mal weg? Barsch war, behalten wir. Ach komm, das japanische Fleck, Leute, brauchen wir eh nicht. Oder obwohl, wir wollten doch das Relaxo Rüdiger wegtauschen. Ja, komm. In der Zeit, denke ich wieder was. Mal sehen, was wir dafür bekommen, für das wie... Hoffentlich was Cooles. Ansonsten tauschen wir jetzt weiter. Wie immer. Und dann haben wir ja auch gleich eine 1-Stunden-Folge. Freu dich. Schon wieder auch jemand aus Mexiko. Ja, das... Oh, Trassler. Kann man hier aber auch so durchtauscht bekommen, also... So auch fangen. Und wir ja schon hatten. Deswegen brauchen wir das nicht. Naja. Gut, dann würde ich mal sagen, das wär's für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. 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 Vielen Dank.